ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist mittwoch der 21 april mein name ist Carlos Martins wir hören uns live aus dem Trailer Slab Training Raum wir bereiten uns auf unseren morgendlichen dax trade vor und nehmen die 15.200 marke erst mal als erste order und schauen auf den gestrigen tag gestern abend fand es kleine boxen aber ansonsten am laufe des tages gab es hier eine 18er die ist im zweiten anlauf hier oben in den gewinn gelaufen die 24er die ist im zweiten trade in den gewinn gelaufen 36 kommt für uns nicht in frage die 27er haben wir auch getradet ist in den gewinn gelaufen gestern das sind die blue boxen die blauen kästchen ja und die nächste order liegt hier oben schon bereit das ist die big number zweitens haben wir 15.200 jetzt in der nähe wir sind bei 15.184 so gehen wir auf die grünen boxen das sind die volatilitäts boxen und schauen uns da an wir haben gestern diesen trade hier an der big number rausgenommen dann seht ihr hier ist der kurz hier reingelaufen raus da hat ein bisschen gedümpelt aber waren gute bewegung da auch gestern für dieses wird diese art des tradens gut wie immer morgens gehen wir einmal auf die großen zeitebenen und fangen heute an beim s&p 500 und sehen jetzt seit dem 19 april geht ein wenig gibt ein wenig nach wir haben aber hier in diesem markt noch kein short signal gehen wir auf bitcoin der liegt bei 55.000 dort war das short signal der trade ist hier auch alle die die signale kennen in den gewinn gelaufen gehen wir einmal in leichter in den gold chart hier zu sehen ist gold gestern schon erwähnt beim 100er und 200er moving average also auch gold aktuell long hier haben wir öl der kommt hier wieder ein stückchen zurück technologie börse nasdaq noch kein short signal hier zu identifizieren ja also bleibt spannend und gott all german dachs ja wenn wir hier weiter nach unten laufen sollten würden wir hier auch das erste short signal generieren gut das bedeutet wir bereiten uns jetzt vor blicken noch einmal auf die trading range gestern die wir hatten und sehen hier von oben vom high to low hatten wir 292 punkte das heißt wir sind sehr gut dabei der tag davor das heißt der montag da hatten wir 160 punkte jetzt konzentrieren wir uns auf den ersten box trade ich muss einmal die youtube laura es ist 8 uhr 58 big number short im ersten trade die vola box habe ich auf dem linken bildrand schon mal vorbereitet das konstrukt 15 181 wäre da die die vola box sechs sekunden noch bei 21 so und die vola box auf der linken seite hat sich nicht dort entwickelt wo wir sie identifiziert haben das heißt achtung die untere vola box ist bei 51 28 die obere ist bei 52 65 und wir sind short in das war der eröffnung straight und somit verabschiede mich bei den youtube plan und wünsche euch einen erfolgreichen weiteren trading tag wir machen im live trading raum jetzt weiter und platzieren die big number noch einmal und verabschiede mich dann jetzt hier